Eine Frau saß weinend am Wegesrand, als sie sich plötzlich etwas zugewandt. Sie vernahm eine Stimme, die sie fragte, warum sie so traurig sei. Ach, sagte die Frau, ich weiß einfach nicht mehr weiter. Ich kann nicht mehr, ich bin so erschöpft. Erneut fragte die Stimme, was sie bedrückte, warum sie meint, so erschöpft zu sein. Die Frau antwortete schluchzend und völlig am Ende ihrer Kräfte. Nun, es sind einfach zu viele Erwartungen. Jeder erwartet etwas von mir. Und da ich bisher auch immer funktionierte, immer alles wie erwartet umsetzte, sind die Erwartungen auch noch größer, denn man wusste, ich bin da. Ich erfülle alle Aufgaben und zu den vorgegebenen Zeiten. Ich bin immer pünktlich auf Arbeit, bin immer höflich zu meinen Mitmenschen, habe immer ein Lächeln im Gesicht, höre jedem zu und gebe Ratschläge, investiere meine Zeit bis tief in die Nacht, gebe jedem, wenn nötig, mein letztes Hemd, rede nicht über meine Sorgen, Ängste, Gesundheit. Ich funktioniere, wie es von mir erwartet wird. Kurze Stille. Und dann hörte sie die Stimme sagen, nun, dann bist du meinen nächsten Satz gewohnt. Die Frau weinte weiter und sagte, es gibt also weitere Erwartungen, die ich erfüllen muss. Die Stimme lachte und sagte, ja. Aber es gibt nur eine einzige Erwartung. Eine einzige, die ich habe und nur eine einzige, die du erfüllen musst. Die Frau ist verwirrt und fragt, wer bist du und wie meinst du das? Die Stimme entgegnete, ich bin das Leben. Dein Leben. Und ich erwarte, dass du dein Leben so gut du kannst und zwar so, dass es dir gut geht, lebst. Mehr musst du nicht tun und mehr Erwartungen musst du auch nicht erfüllen.